Es ist doch immer wieder schön, bei Taiwanern zu Gast zu sein, mal zu sehen, wie sie wohnen, was sie so machen, ja und wie sie so leben. Selbstverständlich gibt es hier auch die landestypischen Spezialitäten. Die Latte Macchiato Mafia gibt es bei denen auch. Leider ist wie in Deutschland auch in Taiwan die Spielsucht sehr verbreitet. Alles ist sehr sauber hier. Das ist Taiwan. Das war die Vielen Dank.